Hallo, hallo! Ist das laut genug? Kann man das verstehen? Ja! Hallo, herzlich willkommen hier zur zweiten Veranstaltung Bochum Opsing, präsentiert von Team Stahl in Bochum. Wir haben heute ein paar Kämpfe vor uns. Ich hoffe, dass sie ganz nett werden. Mein Name ist Sascha Wisley. Ich bin der Kämpfer mit dem schlechtesten Tanzrekord. Deswegen taug ich nur noch als Ding-Ansager. Wir möchten uns auch bedanken bei ein paar Sponsoren, die die Veranstaltung hier heute unterstützt haben. Das ist einmal das Wasserzappel mit Bochum, Moni Hair, Market Rain, Bronze Creme und den Kids Country in Essen. Unterrede ich das heute Mustafar Ellensei aus Lodingen. Gutes Applaus, bitte! Wir haben heute drei Amateurkämpfe, drei Profikämpfe und zum Schluss noch den Hauptkampf. Ich wünsche uns allen viel Spaß. Los geht's!